Herzlich Willkommen zu THE PLAN. Ich bin diesmal nicht die Herrin der Fliegen, sondern die Fliege selbst. Und das ist ein kleines Indie-Spiel, ein kostenloses. Ich stelle euch den Link zum Download in die Beschreibung. Sehr, sehr künstlerisch und die Musik ist einfach grandios. Und ich wollte euch das Spiel zeigen, so als würdet ihr das Spiel selber spielen und einfach mal das alles auf euch wirken lassen. Daher werde ich in diesem Let's Play nichts sagen, weil ihr könnt es dann zwar immer noch selber spielen, aber ihr könnt es auch hier einfach auf euch jetzt wirken lassen. Und es ist ein Plan für uns vorgesehen. Wir haben einen Plan, den wir verfolgen und das werden wir jetzt mal gemeinsam tun. Interessant fand ich auch, da stand auf der Webseite ein Satz von wegen, in dieser Zeit, wo du dieses unnütze Geschreibsel durchliest, verstreichen wieder die Sekunden deines Lebens. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Spiel. Untertitelung. 卓 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020